Full-Disk Encryption. Was ist eigentlich eine Full-Disk Encryption? Unter einer Full-Disk Encryption versteht man die Komplettverschlüsselung einer Festplatte, eines Speichers oder einem anderen Datenträger. Hierbei werden nicht nur einige Ordner und Dateien verschlüsselt, sondern das gesamte Dateisystem. Zur Entschlüsselung kann ein PIN, Passwort, USB-Stick oder eine Chipkarte eingesetzt werden. Erst wenn das System den richtigen Schlüssel präsentiert bekommt, kann auf Daten zugegriffen und das System genutzt werden.